Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Winnetos Welt. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute wird es mal die Kritik zu den Kammalsspielen Bad Segeberg 2019 geben. Und zwar fange ich jetzt an mit der Rubrik Kulisse. Und da muss ich sagen, war die Kulisse einfach nur wunderschön. Das hat man in Bad Segeberg noch nie gesehen, das mit den Bäumen hat so gut harmoniert. Die Farben sah sehr schön aus, wenn das Dach vielleicht auch etwas komisch aussah. Aber gut, es war natürlich für die Pyrotechnik dann oben präpariert. Dann dieser riesengroße Krater, der super gut gelungen ist. Die Podeste, die sich im Finale angefangen haben zu drehen. Und auch das Pueblo, was einfach super, super, super schön war. Ich finde es einfach nur mega genial und auch die Brücke hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich bin auch schon sehr gespannt, wie die Kulisse in diesem Jahr bei den Kammalsspielen aussehen wird. Es wurde schon sehr viel angedeutet mit zwei Ölfeldern oder Öltüren besser gesagt. Eisenbahn und was weiß nicht alles. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Und schreibt mir doch gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare, wie ihr die Kulisse vom letzten Jahr fandet. Würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Natürlich muss ich auch etwas zum neuen Winnetou sagen. Und ich kann eigentlich nur sagen, wow. Alexander Klaas hat es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und es hat einfach so viel Spaß gemacht, ihm auch diese Spielfreude wirklich anzusehen. Denn man hat gemerkt, er hatte Bock auf die Rolle. Und es hat mir einfach super gut gefallen. Er war wirklich sehr kriegerisch. Aber ich finde, das passt auch irgendwie so zu ihm. Er kannte jetzt noch nicht so den weisen Spielen. Da hat Jan Sosniok auch vom Alter her einfach besser gepasst. Und das fand ich wirklich sehr, 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 sehr gut, was Alexander Klaas da gemacht hat. Wirklich sehr, sehr gute Kämpfe gehabt. Er hat gute Textpassagen und hat teilweise den Schweren Mokassin wirklich die Leviten gelesen. Das fand ich wirklich sehr, sehr gut, wie er die Rolle verkörpert hat. Und freue mich, dass er in diesem Jahr auch wieder dabei ist. Da muss ich natürlich auch die übrigen und anderen Schauspieler erwähnen. Denn zum Beispiel haben wir Nikolas König als Schweren Mokassin. Wir wissen alle, er kann einfach sehr gut die bösen Indianer spielen. Da brauchte er uns nicht zu beweisen. Das wussten wir, dass er sehr, sehr gut war. Und hat er auch wirklich sehr, sehr gut gemacht. Den Bösen sehr, sehr gut rübergebracht. Und ja, sehr schade, dass er in diesem Jahr nicht dabei ist. Auch die beiden Gaststars, Raul Richter, super gut als Martin Baumann. Und auch Larissa Marold fand ich wirklich sehr, sehr gut. Hätte ich nicht gedacht, hat dieses, ja, die Schauspielerin, die hohesige Schauspielerin wirklich sehr, sehr gut verkörpert. Tiffany O'Toole, die Komiker Patrick L. Schmitz und vor allen Dingen, jetzt fällt mir gerade der richtige Name nicht ein, Joachim Kaiser oder Jogi Kaiser als Urs Bürki war der absolute Hammer. Aber meine Lieblingspassage aus dem Stück ist ja, ich weiß, man hört es nicht, aber ich bin ein Schweizer. Das fand ich sowas von gut, wie er diesen Schweizer Dialekt rübergebracht hat. Und einfach nur mega, mega geil. Ich freue mich, dass er in diesem Jahr sehr wahrscheinlich wieder dabei ist. Hat ja Kati Karnbauer in einem Interview angekündigt und einfach Hammer. Und auch die Kämpfe fand ich wirklich sehr, sehr gut inszeniert. Ich lasse hier jetzt gleich mal im Anschluss ein paar Bilder durchlaufen. Das war wirklich sehr, sehr schön anzusehen. Alexander Klafs hat super gut gekämpft und das hat ihm wirklich gelegen mit dem Kriegerischen. Manche Stuntleute sind da wirklich durch die Luft geflogen, wo ich einfach nur dachte, wow. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Die Kämpfe waren einfach unfassbar gut. Die Kämpfe waren einfach gut. Die Kämpfe haben einfach nicht so oft zutreffen. Aber man kann es sehr viel einfache. Auch diese länder dazu sehen, dass er idle. Es gibt ja auch noch viele Sachen. Und jetzt sehen wir die Grafik im Anschluss-Verwegeren. Viele Falle sind auch wir in Richtung. Auch die nexten disregard. Ein回來 Mover disappear loswerden ist jetzt hier, das compensate SCREEN. Das wurde noch nicht klargestellt. Und die letzten Jahre, die Klafschläfer zu halten. Diese ganzen Bilder, die ihr gerade gesehen habt, gibt es übrigens auf Instagram bei winnetus.welt. Das habe ich alles selber gemacht dieses Jahr, äh, letztes Jahr. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Und als letzten Punkt gibt es dann nur noch die Pyrotechnik, die ich ansprechen möchte. Und auch da kann ich nur sagen, wow! Also ihr seht schon, ich fand das Stück letztes Jahr wirklich sehr, sehr gut. Und es hat mir einfach super gut gefallen. Es gab so große Explosionen beim Saloon, was ihr da gerade seht. Oder auch im Finale. Das seht ihr euch übrigens auch noch, das ist aber noch nicht auf Instagram online. Alle Bilder, die ihr da seht, müssten eigentlich schon auf Instagram online sein. Außer das Bild und das Bild vom Finale gleich. Und ich muss sagen, es hat mir letztes Jahr einfach super gut gefallen. Ich bin so gespannt auf das Finale dieses Jahr und auch die Pyrotechnik da. Genau, dieses Bild ist noch nicht auf Instagram öffentlich, aber pssst, wird bald kommen. Und ja, es ist mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Und das war mein Fazit auch schon zu den K-Mail-Spielen. Ich muss sagen, es war einfach der Hammer. Eine super tolle Unterhaltungsshow, die wieder richtig Spaß gemacht hat. Und ich freue mich sehr auf dieses Jahr, wenn es hoffentlich dann in eine Saison starten wird. Die wirtschaften auch wieder genauso gut wie Sascha Heen und Kati Karrenbauer. Ja. Ja, und das war es auch schon, die Kritik zu den K-Mail-Spielen Bad Segeberg 2019 unter Geiern, der Sohn des Bärenjägers. Ich freue mich sehr, dass ihr zugeschaut habt und ich würde mich auch freuen, wenn ihr mich jetzt unten auf dem Abonnieren-Button abonnieren würdet. Denn so verpasst ihr keine weiteren Videos, teilt das Video auch sehr gerne. Und im Sommer werden viele Ausschnitte kommen und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir vielleicht 200 Abos dann voll machen würdet. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.